Oh? Theoretisch Wegen Hühnern noch Eier im Spaßbad? Ich hab das Gefühl, dass da oben Oh, ne, nix. Achso, ich brauch noch so'n Knüppel oder wat? Hä? Hä? Okay, wir müssen noch Eier vergehen, ne? Da reingehen? Wie macht man denn die Schablone aus Stein? Wie macht man denn die Schablone aus Stein? Fuck Morgen in der Zeitung, Trumpinato folgt sein FBI-Chef Freundliches behaartes Individuum Ah, okay Da hin Wo muss der einen noch? So So Genau, der wird dann hierhin getragen Ah, okay Und hier müsste dann... Da müsste alles landen, inklusive mir grade Und da müssten wir dann... Ich hasse es, mit Wasser zu arbeiten Oh, da kam grad'n Ei Ah, okay Ah, ich hoffe, es ist ein Stein Ei ist am Wandern Ist ein Ei am Kreisen? Ja, da kam grad'n Ei langgewandert Voll geil Es funktioniert Es funktioniert, Gobi, es funktioniert Ähm... Problem ist nur, ich muss jetzt hier jedes Mal... Du musst eigentlich noch so'n Dispenser bauen, ne? Oder so'n Rohrsystem, was quasi per Dispenser das Ei quasi oben wieder reinwirft Ja, das ist ja so ähnlich der Plan Aber die kleinen Hühnchen können leider nicht schwimmen Das ist leider ein bisschen doof Ja... Also ich wollte jetzt nen Trichter machen Genau, ich wollte unten nen Trichter machen Ähm... Und mit dem Trichter die Eier aufsammeln Nach oben bringen Und dann halt in Dispenser Wär ganz cool, aber vielleicht mach ich dafür erstmal ne Hühnerfarm Und dann kann ich die Hühner da einzeln rüberlassen oder so Hm... Irgendwie sowas Wiesenhof Hm? Das ist fast wie beim Wiesenhof Ja, wieso? Meist du, Wiesenhof hat nen Spaßbad, oder wat? Wollt ihr ne? Glaub ich nicht Vielleicht nennen die das ja auch so So... Ist ja die ja genauso krank wie du Was, Tobi? Was? Was? Ich hab gesagt, vielleicht sind die genauso wie du, Gronkh Meinst du liebevoll? Mhm... Juhu... Habe ich keinen Stein mehr, oder was? Das kann doch nicht sein Ich muss doch noch Stein haben Das ist auch mal das kleinste an der Probleme Ach, da hat er auch mal noch was Geil Erik lässt also Küken ertrinken und obwohl er es weiß, endet er es nicht Ja... Das ist genauso wie er genau weiß, dass wenn ein Pferd ins Feuer läuft, stirbt das Pferd Ich hab vorhin noch... Ich hab vorhin noch... Weißt du, dein Chat ist ganz schön militant Ich hab vorhin noch erzählt wie das Huhn nachweislich die Küken umgebracht hat Wer es ja auch gesehen hat, aber das interessiert ja deine Zuschauer nicht, was man sieht Klar... Mit Recht Ja... Da geht ja einfach der Silberblick ganz schräg an der Wahrheit vorbei So... Vielleicht solltest du mal ein Sponsoring vielleicht mit Vielmann oder so machen Ja... Das wär mal ganz cool Hm? Das ist ja eine Schaffnung und dein Material auf die linke Seite Und dein Material auf die linke Seite... Warum klappt das dann nicht? Oh... Ich... Standard Cobblestone... Ach... Alter... Da wirst du doch echt belabbert in der Birne, ne? Da komm ich nicht lang... Ah... Ah... Jetzt hab ich noch... Hm? Ja, ein Schild machen eigentlich... Hm... 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 So... So ist recht... Jo... So ist recht... Wir sind Heiner, uns schlägt keiner... So, was mach ich damit jetzt? Jetzt muss ich das doch wieder als Schablone machen oder nicht? Steinwerkzeuggriff... Na Mist, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch... Ah... Ich hasse das... So... Gut... Ähm... Hm... Hm... Ah... Okay... Kannst du einfach hier drauf liegen oder wie? Und dann... Ich denk immer du fragst mich aber... Ja, du kannst gerne antworten wenn du da auch was weißt... Hau ich raus... Ich weiß gar nicht was du bereit machst... Ich hab mir gerade eine... Ach... Jetzt... Ah... Jetzt hab ich's auch kapiert... Alles klar... Ich hab mir jetzt gerade aus einer Stein... Eine Steinvorlage... Eine Gold... Schablone gemacht... Ah... Alter das ist ja... Das ist ja... Das ist ja voll strange... Übel... So... Die Anlage leider nicht mit meiner alten Anlage vergleichen hier... Weil... In der alten Anlage... Juhu... War so eine andere Version von Minecraft... Juhu... Achso... Ja... So ist jetzt ne neuere quasi... Ja... Ich muss es anders machen weil die kleinen Hühner hier wohl offenbar... ...schwimmen... Und wir wollen... Hier hat ich den armen Tierchen... Wenn wir nur Spaß haben... Spaß... Oh... Wuuu... 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 Wah... 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 Ich könnte... Kann man noch Diamant einschmelzen? Äh... Ich glaube nicht... Okay... Wüsste auch nicht dass das schon mal jemand gemacht hätte... Also kann man den Hammer wahrscheinlich nur aus Eisen dann machen oder wie? Äh... Auch aus Legierungen... Krams und sowas... Aber du kannst halt später noch mit Diamanten und sowas upgraden alles... Ah... Genau... So war das okay... Genau... Und ehrlich gesagt ich bin auch kein Profi... Das erwarte ich... Aber... Nicht bei mir... Hä... So... Hä... Ist hier jetzt alles gerade? Uh... Ist das alles gerade? Ja... Ähm... So... So... Machen eigentlich... So... Gut... Dem Huhn geht es immer noch gut... Einwohner sind noch keine reingegangen... Theoretisch kann man die Einwohner auch abfangen... Aber ich glaube... Nein... So... Mh... 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 ìn... nah... Mh... Mh... Alty... Ihm... Mh... Oh, um Gottes Willen. Die Schmerzen! So. Okay, halt! Ich bin ein zu tief. Ähm... Hier müssten die sein, ne? Habe ich noch einen übrig? Hm... So, Trichter und dann bräuchte ich von diesen... Äh... Mach ich eine Truhe? Juhu! Hm? Geil! Ich habe gleich meinen ersten Hammer! Hm... Boah, dass das heute noch hier geklappt hat, das hätte ich ja nicht gedacht, ey. Geil! I am so proud of myself. Wo kommt er denn jetzt hier rein? Jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Hm... Craft ich das Ding dann mit der Werkzeugesse? Hast du gerade gesagt, I am so proud of myself? Weißt du, wer das auch oft sagt? Ich brauch eine zweite Platte. Nee, wer denn? Was denn? Weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre ein Platz, der vielleicht auch zu anderen Leuten passen würde. Bist du wirklich so extrem besessen? So besessen? Wovon? Von Trump? Hä, wie kommst du jetzt auf Trump? Das hast du gesagt. Ach, komm. Tobi, was ist los bei dir? Du bist so besessen. Was ist los bei dir, Tobi? Ich... Das ist ja doch schlimmer wie ich und Timmy mit der Geschichte von Timmy. Nee, eigentlich nicht. Denn du hast dann umgeschlagen auf andere Dinge. Ja. Oh, ich glaub mein Eisen sieht ja... Aber es hört nicht auf, Tobi. Es hört nicht auf. So. Wie bekommt man einen Kerl wach, der 600 Kilometer von einem entfernt ist? Mit 600 Kilometer langen Armen. Soll ich mal den Typen fragen, der vorhin die ganze Zeit bei mir angerufen hat? Der regelt das bestimmt. So, der macht das im Handumdrehen, macht der das. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich kieken, wie ich das mache. Ähm... Ach, Gott, ich halte sie. Entschuldigung. Ich hasse es jetzt schon. Ich hätte es vielleicht vor erlegen sollen, bevor ich das Wasser mache. Das ist vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Ähm... Machen. Ich würde mir jetzt ein bisschen Kummer ersparen, wenn ich hier einfach eine Leiter dran mache und dann schwirme ich da einfach hin, so gut es geht. So. Ähm, ja, das mit der Leiter klappt super. Ich muss euch nur ganz kurz überlegen, wo will ich denn dieses Ding hinhaben? Ich hätte das gerne einfach hierhin gesetzt. Hier ist der Brunnen und hier setze ich dann einfach das Ding hin. Was, die Lava ist leer? Ne, da ist doch noch genug Lava drin. So. Scheiße. Wir gehen. Wir gehen. Hm? Das heißt, wir beruhigten mehr Eisen, oder wie? Ah, das ist doch doof. Ich guck mal, ob ich noch was habe. Mhm, 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 mhm. Ich weiß es aber nicht. Fuck. Ja. Nehmen die Hühner noch? Ja. Okay. Tobi, was machst du denn hier? Bitte? Ja, weil der Tobi. Gibt's ja gar nicht. Wirst du wieder beleidigen? Was, nein? Wieso? Ach du. Wie war das Arzt? So. Okay. Okay. Ähm. Ah, okay. Alles klar. Hm, hm, hm. Alles klar. Das muss ich noch lernen, dass man Eis immer hochstellen muss und runterstellen muss. Äh, das ist ein bisschen nervig, aber geht ja nicht anders. Wenn man drin hat, ist gut. So. Okay. Jetzt geht's. Ah, nice. Was ist das denn? Was ist das denn da? Hm, hm. So. Was haben wir uns hier oder was? Hm, hm. Oh, Zieleblöcke. Ah, das ist ja. Ach so. So. Oh. 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 Ist das Haus oder was? Warum geht's denn hier? Ach. Ach. Äh, rot. Was? Falscher Stil? Oh. Okay, ich geh. Hm? Was macht man die denn? Ich bin verwirrt. Baue ich jetzt gerade überhaupt nicht richtig? Welche ist denn? Jetzt raus. Ich müsste also in diese Richtung bauen. Oh. Die da, ne? Hm, ja. Und die da. Naja, gut. Ich lass das jetzt einfach mal so. Ich hab nämlich noch was vor. Shit. Scheiße. Ah. Sind die Hühner tot? Hm. Tobi, was ist mit dir? Ja. Machen wir jetzt mal auf. Schadenfreude und deine Hoffnung immer. Nein. Es geht mir nur um die Hühner. Nein. Mir geht's darum, wieder ein Konstrukt aufzubauen. Nein. Ich kann nicht meine Schmiede richtig aufbauen. Soll ich mir dann irgendein Konstrukt aufbauen wollen? Ja. 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 So, okay. Äh, wir machen nicht mehr so lange heute. Wir machen nicht mehr so lange heute. Wir machen nicht mehr so lange heute. Wir machen nicht mehr so lange. Verzweifelt, weil du dich so lange brauchst, Tobi. Hm? Ja. 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 Okay. Ich würde sagen, wir machen vielleicht einen davor. Ländlang. Wir machen nicht einen Geheimgang dahin. So. So. Okay. Machen wir hier. Wir brauchen dann noch Ziegelsteine oder wir machen das irgendwie mit was anderem dicht. Aber das muss aus dem Keller dann auf jeden Fall da rausgehen. Hier, keine Ahnung. Das ist jetzt ein Fehler. So. Hier würde ich eventuell noch da. Die Blöcke haben wir noch. Die würde ich genau hier hin machen. Und den Rest würde ich dann hier vielleicht mal was anderem machen. Da oben müssen wir jetzt auch noch was finden. Ähm. Tentenglück noch. Ekologie Clustersteine. Da haben wir jetzt 33. Vielleicht können wir die einfach. So. Seh mal, Tobi. Hm? Hoh? Ich guck's mir schon wieder rum mit deinem Gaul. Hm? Ich guck's mir schon wieder rum mit deinem Gaul. Hm? Weiß ich nicht. Ist das wie die Internetpolizei oder was? Ich bin Trump. Weißt du doch. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin froh, dass du eine Selbstreflexion besitzt. Zum Ganzen eigentlich schon wieder zuwidersteht. Na ja, ist egal. Jetzt nehmen wir den halt. So, und dann würde ich sagen, hier... So, dann... Hab ich mich erschrocken! Was genau? Was ist das hier? Das ist das Spaßbad behind the scenes. Guck mal, Tobi. Juhu! Oder? Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Und wenn du möchtest... Wo ist es? Wo ist es? Wenn du nach oben guckst, siehst du irgendwo einen Hühnerarsch. Hier. Hier ist der Hühnerarsch von unten. Geil! Wenn es mehrere Hühner sind, dann kann man hier Eintritt nehmen für Leute, die... ...komisch sind. Ist aber irgendwie... Weißt du, die kacken hier doch dann auf dem Schädel oder nicht? Ist egal. Ja, die kacken hier nur Eier raus. Ich wollte irgendwie was machen, wo ich das Ganze hier vielleicht ein bisschen administrieren kann. Hier. Ein Friedensangebot. Oh, das ist ja lieb. Dankeschön. Und das hier ist für... ...Gerd. Ja, das ist ja lieb. Goldene Karotten, Tobi, bist du sicher? Du weißt, was das heißt. Was? Was heißt denn genau... Was heißt das denn genau, Tobi? Na, du kannst mit goldenen Karotten, kannst du Pferde paaren. Das wusste ich nicht. Ich auch nicht, bis vorhin. Hast du dich mit dem Pferd gepaart, Tobi? Nein. Aber so ist Gehrig entstanden. Okay, ja gut, dann äh, ja. War gleich bei Vepedia, ne? Guck mal, ich habe noch ein paar mehr Karotten an hier. Ich habe echt viele Karotten, Tobi. Alles gut. Nimm sie mit. Die NPCs haben ja... Na gut. Ich will, dass es Geld gut geht. Eine Wiese zum Rumtollen und so. Jetzt muss ich mal gucken, wo mein Pferd hingerannt ist. In den Stall. Oben Spaßbad, unten Lavasee. Was dann all direkt gekocht und draus kommt, oder wie? Das wäre eigentlich eine geile Idee, aber... ... Okay, ich reite mal wieder nach Hause. In den Sonnenaufgang. Ding, 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 monanza. Ding, 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 ding. Leitern habe ich noch mit, ne? Ja. Wie leitern. Alter, es sind überall Löcher, wo man reinfahren kann. Jetzt sollte ich auf den Weg gehen. Oh, das ist die Timmy-Schlucht. Nicht so gut. Alter. Ja, oder? Das war... So, ich will mal kurz gucken. Ähm... Ähm... Schild... Schild... Leer... Wasser. Das riecht nicht. Das riecht nicht. Was sagt eigentlich Pan zum Spaßbad? Was soll ein Pan zum Spaßbad sagen? Spaßbäder sind super. Ja. Ja, eben. Jeder mag Spaßbäder. Wer will schon stinkende Hühner essen? Eben. Und das Gute ist, man kann dann hier auch so ein paar Hühner beigeben. Die sich dann hier unten amüsieren. Das ist schon ganz praktisch. Das ist eigentlich so böse, ey. Das ist echt böse. Das ist echt böse. Ja, auch Hühner wollen natürlich nicht auf die kleinen Begebenheiten des Lebens verzichten. Ja, ja, total. So. So, warte mal. Was habe ich jetzt für den Hammer von Scheißdingen gebraucht? War das das hier, was ich gerade angeklickt habe? Das weiß ich nicht. Oh, den Gronkh mit Obsidian ein. Halt. Ich habe mir auch dauernd gesagt, dass ich das bei dir machen soll, Tobi. Was ist da bitte los? Weißt du, jetzt siehst du mal, wer wirklich die Kranken sind. Ja. Wir sind nämlich echt unschuldig. Ja. Wir sind nämlich diejenigen, die hier total normal sind. Ihr seid die Kranken. Wir sind die Opfer. Wir sind die Opfer. Ja.